den 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 inoffizieller advent kalender fenster beitrag die beiden sind schon dran die zwei oder die sind jetzt gerade so an weil sie da gerade bei uns beim fenster rein stand die zwei süßen man hat wirklich den eindruck als würden sie uns beobachten wir haben gerade zweites frühstück gemacht also für mich das zweite für die elisabeth das erste und die beiden we are watching you ich glaube die wollen rein ja elisabeth lassen wir es rein hatten wir schon mal gut mit dem haus ja ich weiß er ist ja nicht so betitlich also aus dem inoffiziellen advent kalender hofs alle mehr fester dingswums wünschen wir euch tschüss